Willkommen zum ReiseTV. Wer noch mal Schneespaß genießen will, bevor die Saison so langsam zu Ende ist, hat auch die Chance noch einmal in Malbunen in Lichtenstein die Bretter unter zu schnallen. Auf 1600 Meter Höhe präsentiert sich der Skiort in Lichtenstein als Familienort, der auch vom Schweizer Tourismusverband ausgezeichnet worden ist. Die Ski-Saison dort geht noch bis zum 3. April 2016. Berlin fliegt auf die Azoreninsel Teixeira. Ab Mai gibt es immer Donnerstagsflüge ab Düsseldorf. Teixeira war bisher von Deutschland aus nicht erreichbar und es gibt ein 48 Stunden Special von MSC Kreuzfahrten bis zum Karfreitag. 8.59 Uhr buchbar. 14 Nächte Karibik inklusive Flug, Zug zum Flug und natürlich auch 14 Übernachtungen mit Vollpension gibt es ab 1449 Euro. Die Transfer vom Flughafen zum Hafen und wieder zurück sind natürlich auch schon inkludiert. Der Flug von Düsseldorf nach Miami ist dabei. Es gibt auch Flüge ab Frankfurt, Hamburg, München und Berlin. Die kosten jeweils 50 Euro Zuschlag. Und ja, ab an Miami gibt es unter anderem zu sehen Philipsburg, San Juan, Miami nochmal. Dann gibt es mehrere Seetage auch unterwegs, wo man die ganzen Annehmlichkeiten der MSC Divina, die befördert einen nämlich und bietet sich als schwimmendes Luxushotel an. Es gibt dann noch Ororios, Georgetown, Grotzumel und Nassau ist auch noch dabei. Also man sieht wirklich viel. 1499 Euro nur an die Reisetermine. 23. und 30. April, 7. bis 21. und 28. Mai, 4. 11. und 18. Juni. Also einige Termine zur Auswahl. Zu einigen Terminen gibt es auch ein bisschen Saisonzuschlag. Zu sehen das alles auf den Portalen, die dieses Video präsentieren. Da ist auch ein Link hinterlegt dazu. Einfach mal nachgucken. Und zum Schluss noch die Meldung für alle, die ab Brüssel fliegen wollen. Heute wieder keine Flüge ab in Brüssel. Ab morgen soll der Flugbetrieb dann wieder aufgenommen werden. Und die USA haben eine Reisewarnung für ganz Europa erlassen. In diesem Sinne trotzdem eine schöne Reise. Einfach mal nachgucken. ? ? ? ?